Das heutige Horoskop Zwillinge 30. Oktober 2023 Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie über Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Vereinbarkeit mit anderen Zeichen. Du bist wie ein Harriken und kannst nicht gezähmt werden. Dies liegt daran, dass Sie die Elementarenergie veränderbare Luft verkörpern. Allerdings könnte die heutige euphorische Stimmung Sie dazu ermutigen, noch mehr als sonst große Träume zu haben und über den Tellerrand hinaus zu denken. Während der mentale Merkur, unser kosmischer Bote, vom mächtigen Jupiter über den Himmel tanzt und sich nun in Ihrem Sonnenhaus des Unbewussten dreht, könnten Sie sich gestärkt und inspiriert fühlen, wie Sie Ihr persönliches oder romantisches Leben verbessern können. Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl und gehen Sie dann mit einem Gefühl der Hoffnung vor. Wie fühlen Sie sich? Die letzten sechs Monate waren eine wilde Fahrt voller Höhen und Tiefen. Möglicherweise sind Sie in dieser Zeit unbewusst gewachsen, insbesondere weil Sie Ihre verborgenen Stärken genutzt und gleichzeitig alle Unsicherheiten überwunden haben. Jetzt, wo die partielle Vollmondfinsternis im Stier da ist, denken Sie darüber nach, wie sehr Sie gewachsen sind. Ein Teil dieser Finsternis ist die Freude an Ihrer beruflichen Weiterentwicklung, insbesondere da es sich eher um eine persönliche Reise handelt. Seien Sie sich nur darüber im Klaren, dass Ihr Wachstum in allem, was Sie bei der Arbeit tun, zum Ausdruck kommt. Während der Mond erst morgen einen freundlichen Aspekt zu Venus, dem Planeten des Geldes, bilden wird, und erst einen Tag später wird er den gleichen Aspekt zu Pluto in ihrem Finanzsektor bilden, indem er einfach zu einem intuitiven und intuitiven Zustand zurückkehrt. Der fantasievolle Teil Ihres Diagramms besteht darin, Sie in Harmonie zu bringen. Während dies bei einem sich verdunkelnden Vollmond weitreichendere Auswirkungen haben kann, wird es finanziell gut sein, Ihr Selbstvertrauen zu stärken und Ihre Fantasie anzuregen. Kommunikation ist das A und O, und Sie kümmern sich in dieser Hinsicht sehr um die Menschen, die Sie lieben. Es ist Ihnen und auch für ein gesundes Gleichgewicht wichtig, dass Ihre Beziehungen auf Gegenseitigkeit beruhen. Schauen Sie sich Ihre Beziehungen an und fragen Sie sich, ob Sie in bestimmten Situationen wirklich so viel bekommen, wie Sie geben. Das Gleiche gilt auch für Ernährung und Bewegung. Wir müssen Lebensmittel zu uns nehmen, die uns Energie geben, und Bewegung, um die Nahrung, die wir zu uns nehmen, zu verwerten. Ausgeglichenheit und Gegenseitigkeit gehören zu einem gesunden Lebensstil. Im Herzen der heutigen Schwingungen liegt Liebe, Liebe, Liebe. Derzeit verspüren Sie ein unaussprechliches Bedürfnis nach Zärtlichkeit und sind selbst zärtlich und geduldig mit Ihrer Familie und Ihren Freunden. Ihre Beziehungen sind ausgeglichen, stabil und harmonisch. Diese Veränderungen wecken in Ihnen neue Wünsche und führen dazu, dass Sie Ihre Beziehungen, insbesondere Ihr Familienleben, überdenken. Der Abschluss Ihrer Projekte wird kein Problem sein und es sollte nicht allzu lange dauern, bis Sie Ihre Ziele erreichen. Saturn mag die Bremsen anziehen, während er in seinen letzten sieben Tagen in Ihrem Karrierebereich rückläufig ist, aber wenn Sie sich von einem freundlichen Aspekt zu Sonne und Merkur in Ihrem Arbeitsbereich trennen, wird es nicht an Selbstvertrauen mangeln. Stattdessen wird es in den nächsten Tagen wahrscheinlich darum gehen, auf die Probe zu stellen, wie gut Sie wissen, wann Sie Ihren Arbeitshut aufsetzen und wann Sie ihn abnehmen müssen. Dadurch wird es Ihnen leichter fallen, die Vorzüge einer eigenen Taktung zu erkennen. Während Saturn auf der Bremse steht, steht Mars in Sachen Arbeit und Job auf dem Gaspedal und muss einen Weg finden, beides in Einklang zu bringen. Nachdem die Sonne Anfang der Woche ihren romantischen Bereich verlassen hat und Sie auf die Rückkehr von Venus, dem Planeten der Liebe, Anfang nächsten Monats warten, ist dies der perfekte Zeitpunkt, sich um den Haushalt zu kümmern, der Ihr Leben so liebesfreundlich wie möglich gestalten kann. Es ist ein Konflikt zwischen Mars und Jupiter, der auf die Probe stellt, wie gut man weiß, wann man seinen Arbeitshut aufbehält und wann man ihn abnimmt, und da die romantischsten Wochen des Jahres vor der Tür stehen, könnte der Zeitpunkt nicht passen. Besser geht es nicht. Täglicher Planetenüberblick Die heutige Mondfinsternis im Stier trägt eine kraftvolle Botschaft und drängt uns dazu, alle Menschen oder Situationen loszulassen, die in unserem Leben nicht mehr relevant sind. Obwohl dieser Prozess von Tränen und emotionalen Turbulenzen begleitet sein kann, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass das Universum diese Veränderungen aus einem bestimmten Grund orchestriert. Diejenigen, die jetzt ihr Leben verlassen, sind nicht für immer verschwunden. Sie werden zurückkehren, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Merkur im Skorpion steht derzeit im Gegensatz zum rückläufigen Jupiter im Stier, was die Sache vergrößert und kompliziert. In dieser Zeit fühlt man sich leicht überfordert, aber es besteht kein Grund, sich zu stressen. Letztendlich wird alles so zusammenpassen, wie es sollte. In der Zwischenzeit ist es ratsam, ihre finanziellen Entscheidungen zurückzustellen, bis der Mond Anfang nächster Woche in ihren Einkommensbereich zurückkehrt. Diese Pause bietet den Geldgöttern die Gelegenheit, tiefere Einblicke und ein klareres Verständnis ihres finanziellen Weges zu vermitteln. Der heutige Vollmond kann einen emotionalen Kriegsnebel erzeugen, der sie anfällig für impulsive und unkontrollierte Reaktionen im Umgang mit anderen macht. Ihr Wunsch nach Fortschritt ist lobenswert, aber es ist wichtig, Geduld und Fingerspitzengefühl zu zeigen. Vermeiden Sie es, überstürzt in wichtige Diskussionen oder Verhandlungen einzusteigen, da Unbeholfenheit und nicht überzeugende Argumente zu unerwünschten Ergebnissen führen können. Bei Geschäftsabschlüssen kann es zu unerwarteten Herausforderungen kommen, die dazu führen, dass Ihre Pläne und Ideen ins Stocken geraten. Es kann wirklich frustrierend sein, wenn andere die Vorteile ihrer Vorschläge nicht erkennen, aber dem Drang widerstehen, die Dinge zu beschleunigen. Ungeduld kann nach hinten losgehen und zu Verlusten führen. Um diese Zeit erfolgreich zu meistern, bewahren Sie ein gelassenes Auftreten und vermeiden Sie überstürzte Entscheidungen, da überstürzte Handlungen ungünstige Folgen haben könnten. Himmel für heute Sie verfügen über die Fähigkeit, herausragende Aufgaben zu bewältigen, die Ihre volle Konzentration erfordern. Ihr Fachwissen und die beeindruckenden Ergebnisse, die Sie erzielen, versetzen andere in Erstaunen und motivieren Sie, alle faszinierenden neuen Ideen, die Ihnen in den Weg kommen, eifrig anzunehmen. Es ergeben sich für Sie Möglichkeiten zur Zusammenarbeit, um weitere Fortschritte zu erzielen und gleichzeitig stets das von Ihnen erwartete Leistungsniveau zu erreichen. Bei der Bearbeitung finanzieller Angelegenheiten strahlen Sie eine bemerkenswerte Ruhe und Gelassenheit aus. Während andere möglicherweise gestresst und ängstlich sind, gehen Sie die Situation geradlinig und entspannt an. Ihr Mut ermöglicht es Ihnen, rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen, die zu finanziellen Gewinnen führen. Es ist jedoch wichtig, eine Überforderung zu vermeiden, denn übermäßiger Stolz kann der Vorbote eines Untergangs sein und möglicherweise alles, was Sie erreicht haben, zunichte machen. Der kürzliche Abgang des Mundes aus Ihrem Finanzsektor hat Ihnen einen gesteigerten Finanzinstinkt und eine Fülle fantasievoller Einsichten beschert. Sie haben außerdem wertvolle Informationen zum Auspacken erhalten. Dieser Übergang steht im Einklang mit der kleinen Lücke zwischen dem Austritt der Sonne aus Ihrem Einkommenssektor zu Beginn der Woche und der erwarteten Rückkehr der Venus Anfang nächsten Monats. Dieses einzigartige Timing hat es Ihnen ermöglicht, sich mehr auf geldbezogene Angelegenheiten zu konzentrieren und gleichzeitig das Gleichgewicht zwischen eingehenden und ausgehenden Finanzen im Auge zu behalten. Der heutige Vollmond, der die Sonne verfinstert, könnte einen gewissen Druck auf die Sonne und die Planeten in Ihrem Berufsfeld ausüben, da er die Bedeutung der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben unterstreicht. Dies sind jedoch gute Nachrichten für Ihre finanziellen Angelegenheiten. Zum ersten Mal seit der Rückkehr von Juno, der Königin des Engagements, in Ihren Finanzsektor und während der einzigen Präsenz von Venus dort wird ein freundlicher Aspekt Ihr finanzielles Selbstvertrauen stärken und Ihre Fantasie anregen. Diese Ausrichtung verspricht positive Entwicklungen Ihrer finanziellen Aussichten. Zum ersten Mal seit der Rückkehr von Juno, der Königin des Engagements,